Als ich klein war, hatte ich eine Menge Träume. Und insgeheim habe ich mich immer nach jemandem umgesehen, der mich vielleicht entdecken könnte. War es der Typ? Oder vielleicht er? Man konnte ja nie wissen. So lebte ich sehr, sehr lange vor mich hin und träumte immer weiter. Aber dann war es plötzlich vorbei. Ich bin im Augenblick ziemlich pleite. Und deshalb versuche ich gerade, ein bisschen Kohle zu machen. Verstehen Sie? Vielleicht kann ich Ihnen das nicht sagen. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Damals, als ich Sabi Wall kennenlernte, wollte ich eigentlich nur ein Bier trinken. Kann ich dich zu einem Bier einladen? Ich habe selber Geld. Ich habe nur mit jemandem reden wollen. Wenn du willst, kannst du hierbleiben. Wer ist diese Person? Sie ist nur eine Freundin weiter. Ich denke, dass sie ein Straßenmädchen ist. Hey, Lady Love, kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich was fragen? Bist du eine Prostituierte? Hilman, fahr nicht so weit. Nein, nein, ich will nur ein bisschen Abgeschiedenheit. 30 im Voraus. Ach, Frau. Weißt du, ich liebe sie und ich hasse sie. Wo hast du denn den Wagen her? Habe ich mir geliehen? Das Leben ist komisch. Es ist alles so merkwürdig und manches ist ganz anders, als man glaubt. Geht's dir gut? Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin ein wirklich guter Mensch. Jeder, der Informationen über diese Verbrechen hat, wird dringend gebeten, sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen. Lee, wer hat den Mann umgebracht? Was denkst du? Oh mein Gott. Du wirst das alles nicht verstehen, aber vertrau mir. Ich habe alles unter Kontrolle. Wir sind ständig betrunken. Er hat mich vergewaltigt und zusammengeschlagen und wollte mich umbringen. Du kannst nicht einfach Menschen umbringen. Sag wer! Du weißt es. Nein. Serbi. Das ist allein deine Sache. Die werden uns holen. Die haben gar nichts. Die suchen nicht mal nach uns. Die Welt ist voller Menschen, die töten und vergewaltigen. Aber ich bin die Einzige, die sie vernichten kann. Es tut mir so weit. Jeden Tag gehen Leute wie du und ich vor die Hunde. Was keiner für möglich gehalten hatte, war die Tatsache, dass ich lernfähig war. Ich konnte mich zu allem zwingen.